Sie sich schon wieder zur Adoption freigeben? Ja, ich konnte sie gerade noch so Boah ey, diesmal bringen wir ihn um und ich so Nein, bitte nicht, ich will hier noch die Aufnahme fertig machen Ich zeige euch, wie gut ich Minecraft spielen kann Ich habe keinen Sohn Nur wenn du kein Minecraft spielst Nein! Ich bin totalet Achso, kein Dopp Sachs, ich hau die Ding kaputt noch irgendwann Aber das ist irgendwie einfacher als das andere Steht sogar schön, das steht da Hä, wo muss ich hin? Behind you Was ist behind me? Wie soll ich da denn raufkommen? Was? Du Loops Ist doch voll simpel Andi, komm, ich zeig's den Namen Du mega Loops Ich blotze euch von oben Äh, 15, äh, ne Andi, jetzt nix, 15, du kommst jetzt hin Ja, eben, ich such dich ja groß Ja, hier ist dich nicht mein Name, da wo ich bin Ja, aber ich sehe nicht wo ich hin muss Ja, hier auch Oh, fuck it Pinner, ey Sieh ich immer noch aus wie so'n alter Penner Ja, leider Aber ich sehe immer noch so cool aus wie der MW2-Tipp Scheiße Hahahaha Ich zeig dir wie das geht, weil ich ein Proben Nein Weil du tust doch ins Maul Wahrscheinlich hast du ein Double Jump gehört Ne Jetzt weiß ich auch warum wieder Ah, festgestellt hast du dich aktiviert verdammt Wollte bitte abdänzen hier Wollte bitte abdänzen hier Fackschuss Andi Das ist schon ein gewerktes Sprung da, ne Oh, die Schuhe Komm hoch Siehst du mich? Ja, Andi Schönes Ding Ich weiß nicht, wenn dieser Penner hier vor mir Boah Jetzt verpiss dich da eben Schau dir zu wie du fällt Wo muss ich hin? Hier, rüber, zu mir, hallo? Ach da, ich wollte grad sagen, ich wollte grad rüberspringen Muss ich hier, reicht das? Jaja, von der Ebene, ja Nicht von der unteren Jetzt hier drauf auf das obere immer schlanden Dann einfach rüberjumpen Leon Jaaaa Aaaaah Ich check grad Busverbindungen Von Robins, guck nach Ding Pssst Du sollst schon lieber was über dein Ding hier sagen Easy Ah ok, also ich Vermute jetzt einfach mal Der Sinn der Sache ist so Also einfach Bis 15 Level war Es ist jetzt hier Eisen Und ab jetzt Nein Nicht? Okay Das ist nicht Also, ja mit Eisen Das kann schon stimmen Aber mit einfach und so Das hat nichts zu tun Verschiedene Areale haben ja auch verschiedene Schwierigkeiten Aber es geht nicht nach Reihenfolge Oder so Ja ne, er meinte nur Weil jetzt kommen die Gold-Levels Der werden ja schon Eis Das stimmt schon Das stimmt Ja, das meinte ich einfach Nachher kommt wahrscheinlich auch noch Diamant Und was weiß ich alles Weil ich hab da hinten schon Diamante Wir müssen auch irgendwann an die Secret Factory, man Die ist aus Brickstone, glaube ich Ich weiß nicht genau wo die ist Die ist irgendwo beim Anfang, glaube ich WTF Oh sorry Den Sprung, den verkack ich Jedes Mal Ich weiß nicht warum Ich weiß nicht, ich behinder oder ich Idiot bin Ah, endlich sieht das ein, der andere Ich weiß nicht, Gunnar Weil ohne Muck geht es hier nicht Ich mach' den Muck okay Nein, machst mich nicht Nachher kommt da irgendwelche Urheber rechts Boра G distribute Also wenn ich das Ding Das Lied und dann kommt aus dem Urheber rechts Verletzungen, dann bin ich echt stolz auf mich Und doch Das kann jeder Mongoleut. Mach. Ne, lieber nicht. Das ist nicht so das Gesangstalent. Ich sag ja voll Idiot, ich bin ja ein einfacher Idiot. Ich bin ja in Deutschland sucht die Superstars erreicht. Ja, Martin sucht nach einem hässlichen Typ, also... Boah, ne, ich... Glaubst du? Seid ihr schon alle rüber? Ja, klar. Muss ich danach einfach nur noch auf den Dings springen? Muss ich da auf die Treppe springen lernen, wo du da grad drauf bist, oder? Ja, auf die Leiter musst du springen und so. Ah, Level 16 geht nicht wegen Ding. Das Ding-Jump. Also Level 16 ist nicht möglich, das war nur ne... Also seit die Kakteen irgendwie noch dich hitten und nicht nur Lippen abziehen. Ich steu eins auf die Brazen, wenn du rein gehst. Ich probier's mal, zack. Jungs, mach diese hessie Musik aus, ich hasse das immer. Welche Musik? Schwören. Ja, hier, diese Schuh. Okay. Die ist cool, ehrlich gesagt. Oh, ne, Jungs, jetzt hab ich keinen Bock mehr, ohne Witz. Ja, dann komm, Level 17, Penner. Du bist so schlecht, Andy, wollte ich nur sagen. Ich auch. Du kannst es vielleicht handeln mit der Minecraft-Aufnahme, aber bei mir ist es echt nicht so einfach. Level 17 ist hier. Das ist ziemlich einfach. Oh, ey, ich schlag gleich die Scheisse kaputt. Oh, ey, komm, was schön war denn. Einfach mit Double Jump rüber. Well done, Sir. Ihr seid beide voll die Noobs. Einfach mit Double Jump, ohne. Ja, ja. Einfach hinrennen, also sprint und jumpen. Und dann musst du auf das Glas rennen, also du kannst auf ein Glas springen dann. Na- 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 na. Ja, der hat die 2050 nicht klemmt ein bisschen. Das macht so Spaß. Boah, Gott, dass der Kast ist, ist das schön. Oh, Andy, komm. Schau sie an, schau sie an, wie es der Meiste macht. Ups. Andy, deine Beisteiederöre ist nicht zu überhören. Ich muss auf das Glas raus und dann Dobl jump. Ja, aber ein bisschen vorm... also... ja, gut. Boah, ich mach dieses Chess kaputt! Wo muss ich hin? Hier rüber. Ach, Andi, du hast nicht blockt. Mit Sprint. Mit Sprint, der kann ich nicht blocken. Mit Sprint, Andi. Weiß und trotzdem. Oh, auf den Zauber. Das weiß der Andi nicht. Auf das Goldene, da vor dir. Jetzt hier rüber. Okay, jetzt hier, dann muss ich mich hier oben abstrecken. Bringt mir Maschinengewehr, oder? Ich muss gut heim. Was war das Schwein hier? Schön. Äh, wo und jetzt noch... ach, oh scheiß, nicht hier los. Darüber? Kann es sein. Ja, du darfst nicht da runter, nicht da runter. Das ist ein nerviges Ding. Dann hier rein. Ach, das war diese Scheiße. Aber da haben wir das letzte Mal als Schnitt gemacht, Martin. Ja, ja. Weißt du, als er sich rüber rausklaufen hat und er runtergefallen hat? Ey, der leert. Der fliegt hier runter und fliegt genau durch die Tür auf den Boden. Das war so witzig. Wie war so dumm, dass er durch die Tür fliegen kann. Ich bin Level 18. Wo jetzt? Hä? Ey, fuck. Hast du es schon geschafft, Andi? Nein, ich bin runtergefallen. Ich versuche aber gerade den Einstieg. Gibt es noch einen? Du bist ja irgendwo da rechts. Nein! Ich war gerade fast oben. Ja, Schweinchen, ich fühle mit dir mit. Nein, ich darf das alles nochmal machen? Boah, ey, fick dich. Fick dich. Martin, was hat das mit der wärmliche Sprung? Alles klar. Boah, ey. Jungs, ey, wenn wir da so ein... Wir müssen irgendwie... Ich hab's Diamant geworden, denn? Boah, nee, nee. Ich hab keinen Bock mehr. Ach, Martin, du Spaßst! Was, ihr seid noch gar nicht Level 19. Nein, der baut, der mich runtergehen, dumme. Ja, Alter. Scheiße, wir können gar nicht ins nächste Level. Wir müssen uns ja packen. Boah, warum komm ich da nicht rüber? Ich hau das Ding gleich kaputt hier. Nimm mir der Scheißschwein, verpisst dich. Komm, hier, komm. Nein! Hä? Ach, ich bin falsch umgesprungen. Level 18 geht ja hier lang. Alter, ich pack das eigentlich. Ich hab's grad fast packt und du hast mich runtergepackt irgendwie. Ja, ja, Lila. Es hieß, eigentliches Spiel kann... Du kannst ein anderes Spiel nicht mehr runterwerfen. Aber wenn du so dumm in mir stehst, dann kann ich nicht Lauterste drücken. Ist ja klar. Dieses Spiel macht so Spaß. Andi! Was? Du hast auch das Schwein vermöbeln. Ich hab das Schwein schon gekillt. Ich hab's packt. Das Ding ist offen, 18... Äh, 19 hier. Bei mir. Und jetzt? Der Andi muss trotzdem spielen. Ja, wer da will. Nix, wer da will. Boah, ich komm noch nicht mehr durch. Oh, das... Das wird euch... Da wird der Andi flamen. Das sah ich jetzt schon beim nächsten Level. Da kann ich mich da gut dran erinnern. Boah, ich hab keinen Bock mehr. Ich komm noch nicht durch. Mir wurscht. Du bist voll erbremelig. Sehe ich auch so. Nein! Klinge, der kommt gleich aus dir jetzt schon. Das ist so witzig. Das war auch gleich nochmal. Andi, der wird schon voll aggro. Wie die Kili. Alles so lästig ist. Nee, ich hatte halt solche Flaschen in Volleyball. Ja, wenn wir mal spielen müssen. Andi? Ich hab bei Louis und Sebi gespielt. Andi, wenn wir mal spielen müssen. Mit dem Rudi. Ja, ich hab... Ich und die Serien haben... Letztes Mal ausgerungen geflaynt an Tobi und Jojo. Ja, ihr beide könnt aber... Nicht Volleyball spielen. Hä? Ihr beide könnt halt nicht Volleyball spielen. Klar, mit dem sind wir auch so ein Team. Warte mal, warte mal. Also ich seh nichts mehr, du Spack. Ich bin doch raus. Komm, mach. Jungs, es ist immer was in Geringes. Danke, du Arsch. Hast du's gesehen, Andi? Ja. Naja, ich sag' ich nicht. Ah, du Spaß, Andi! So, das ist das neue Running Gag. Ah, ich bin dumm. Andi's schuld. Ja, hab ich nicht, ich hab's einen Bandwurfe. Nee, aber das läuft so langsam, das ist ja nicht ein PC. Ich glaub, das Team ist jetzt nicht an uns gerichtet. Das läuft so langsam und dann springt hier grad was, ne? Ich seh nichts, Martin, spring einfach, komm. Jojo, drüben. Scheiße. Irgendwann, das letzte Ding da. Eieiei. Der letzte, das ist doch... Ich bin da vorne schon drauf gestanden. Ich hab das beim... Alter, immer... Boah, Skiller gesehen, ey. Der erste Anspruch, die ersten drei Sprünge sind einfach so easy, man. Alter, ich drück immer, ich drück immer S am Ende. Ich dachte, ich denke, ich drück zu weit. Oh, Andi, du hast mich voll rumgebackt. Die konnte ich Leertasche nicht drücken. Muss ich da nur ein Einzel- oder muss ich ihn doppelt, Martin? Alter, Martin, du Heslon! Martin. Was denn? Muss ich ihn Einzel- oder doppelt? Du musst doppelt, also Sprint-Jump. Das geht nicht! Natürlich geht das! Du musst ja schräg anlaufen, damit ich... Ja, mach halt. Hier denn. Alter! Alter, ich pack das nicht dahin. Ja, ja, weil du Noob bist, ja. Alter, weil Tim spricht immer zu weit!